Das Folge 1032. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, als Unternehmer und in der Familie erfolgreich. So geht's. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso dein Terminkalender gewinnt. Zweitens, wieso es einfach geht. Und drittens, was sonntags passieren sollte. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikhane.de slash 1032. Wollen wir gleich in die Folge starten? Ich habe noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher darin, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst. Mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen. Und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikhane.de slash austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen reikhane.de slash austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Familie und Beruf. Work-Life-Balance. All die Sachen unter den Hut zu kriegen, ist sehr, 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 sehr schwierig. Und besonders für uns Unternehmer, die ja die Zeit haben, immer zu arbeiten oder auch die Freiheit haben, nicht zu arbeiten, ist besonders schwierig. Ist ein einfach erhöhter Schwierigkeitsgrad. Warum? Weil beim Angestellten wird einfach durch den Arbeitgeber bestimmt, wie die Zeiten aussehen. Als Unternehmer ist dein Verantwortungsbereich in der Regel größer. Du hast mehrere Variablen, die du entsprechend deiner Gleichung hast. Und deswegen fällt es natürlich schwer. Was als erstes meistens hops geht, ist die Gesundheit. Danach folgt die Beziehung. Über Hobbys und solche Themen reden wir da schon gar nicht mehr. Und deswegen ist mir auch ein persönliches Anliegen, mit dir gemeinsam in diese Themen reinzugehen. Weil ich habe es für mich selbst erleben müssen, dass ich meine Beziehung sehr, sehr vernachlässigt habe in vielen, vielen Bereichen. Und teilweise auch in Dingen einfach abgestumpft bin. Es gab wirklich eine Zeit in meinem Leben, da musste ich wieder lernen, wie es ist, unter Leuten zu sein, denen ich weder was verkaufen will, wo ich noch irgendwie ein anderes Interesse habe. Wo ich einfach nur mal aufrichtig und ernsthaft zuhöre. Das hat natürlich auch den Freundeskreis entsprechend sehr, sehr klein gehalten und eingedämmt. Aber dafür hat man dann mittlerweile auch wieder Freundschaften kultiviert, die sehr, sehr viel Bestand haben. Damit diese ganzen Fehler dir nicht auch passieren, möchte ich dir zum einen das Thema nochmal mitgeben. Aber zum anderen natürlich dich auch vorbereiten, was es immer bedeutet, wenn du permanent deine Familie vernachlässigst. Weil seitdem ich selbst Vater bin von zwei Söhnen, sieben und drei Jahre alt, habe ich einfach gemerkt, wie mit einem Fingerschnips die Zeit einfach rum ist. Und eine Sache dürfen wir bitte nie vergessen. Durchschnittlich ziehen unsere Kinder mit 18, 19 Jahren aus. Und wenn du überlegst, mein Sohn zum Beispiel, der Ältere, der ist sieben Jahre alt. Das heißt, ich habe schon mehr als 30% dieser Zeit, die ihr mit mir gemeinsam verbringt, hinter mir. Und 90% der Zeit, die wir mit unseren Kids verbringen, haben wir in den ersten 18 Lebensjahren. Denn danach, durch Schule, Ausbildung, Studium etc. sehen wir sie auch immer weniger. Natürlich gibt es immer eine Verbindung, aber wir sehen sie einfach weniger. Und das entspricht oft unser gesamtes restliches Leben, dann meistens nur noch 10%. Deswegen finde ich es extrem wichtig, gerade Unternehmern diese Möglichkeit zu geben, mit ihren Kids auch Zeit zu verbringen. Also, lass es inhaltlich werden, wie schaffst du es am besten? Was ich für mich persönlich gemacht habe, und ich gebe dir jetzt wirklich meine persönlichen Ansichten und Themen mit an die Hand. Du kannst für dich prüfen, ob das für dich stimmig ist. Aber das ist wirklich das, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Das erste ist einfach, feste Zeitfenster einzuplanen. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich sage, okay, ich habe ja meine 30-Stunden-Woche. Es gibt meine Zeiten, wo ich halt entsprechend, ja, mal etwas später zu Hause bin, weil ich Sport mache, mich mit Leuten treffe. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich sehr, sehr präsent bin. Und dann zum Beispiel mittwochs, 15 Uhr, ist mein Daddy-Day. Ja, das heißt, die Kids werden entsprechend abgeholt und wir machen irgendwas Cooles. Irgendeinen Ausflug, fahren irgendwo hin, schauen uns irgendwas an. Manchmal sitzen wir auch noch zu Hause und spielen oder lesen ein Buch. Vollkommen egal. Aber ich bin extrem präsent in dieser Zeit, ausschließlich für SIDA. Und das auch bis zum späten Abend. Dieses feste Zeitfenster ist mir persönlich sehr wichtig. Warum? Weil ich dadurch einfach auch sehr viel Anteil im Leben habe und wir auch Dinge gestalten können. Jetzt fragst du dich natürlich zurecht, hey, was ist mit Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag? Da gibt es häufig auch Kinderprogramme, ja, so wie zum Sport gehen und solche Sachen. Da habe ich ehrlicherweise extrem wenig Bock drauf. Das habe ich auch klar zu meiner Frau kommuniziert. Ich habe gesagt, ich würde mit ihnen sowas nicht machen. Sie möchte es aber, also haben wir das Agreement, dass sie häufig zu diesen Aktivitäten geht und ich dafür den coolen Scheiß machen darf. Kann jeder für sich halten, ja, dafür sehe ich meine Kids aber auch nachmittags. Kann mit ihnen den Abend verbringen, bringen sie nahezu 90% immer selber ins Bett. Und vor allem haben wir auch tolle Rituale am Wochenende, wo wir dann gemeinsam im Wald zum Beispiel gehen, Ausflüge machen. Oder bei uns Sonntagvormittags gibt es Pfannkuchen, ja. Das sind einfach fest eingeschliffene Rituale, wo die Kinder dann natürlich auch schon nachfragen. Und diese Punkte einfach für sich festzulegen und sagen, hey, wann sind meine Arbeitsblöcke, wann sind meine Familienblöcke, das für sich festzuhalten, das ist super, super wichtig. Denn dann fällt es dir auch leichter, Ja und Nein zu sagen. Wenn jemand sagt, hey, Mittwoch 15 Uhr will ich einen Termin haben, geht nicht. Es geht einfach nicht. Punkt. Da kann der Papst kommen. I don't care. Mir ist die Familienzeit immer wichtiger. Und wenn es zu den anderen Terminen nicht passt, dann ist es halt so, ja, ist mir egal. Deswegen, wenn mich jemand fragt, ja, können wir 19 Uhr einen Termin machen, also da brauchen wir wirklich schon eine Audienz, weil für mich ist das Familienzeit. Ja, wenn jemand sagt, ey, 17, 18 Uhr, lass mal telefonieren, bin ich nicht erreichbar. Warum? Bei mir ist deutlich früher Schluss und dann ist entsprechend Familienzeit angesagt. Kannst du entsprechend für dich deuten, meine Empfehlung ist, sich einfach klare Richtlinien zu setzen, dann fällt es dir auch leichter, dich auch entsprechend an diese zu halten. Was ich auch für mich gelernt habe, wir haben ja lange, lange Zeit ausschließlich remote gearbeitet, jeder war bei sich im Homeoffice, dann kam Corona. Dann haben wir uns ein Büro geholt und das war sehr, sehr interessant, was in dieser Zeit passiert ist, weil wir haben einfach gemerkt, dass es viel leichter fällt, sich selbst von der Arbeit abzugrenzen, wenn man auch entsprechend räumlich getrennt ist. Das heißt, du beprüf einfach mal für dich, wie viel Zeit verbringst du im Homeoffice. Ich persönlich bin mittlerweile absolut der Gegner der Homeoffice-Regelung. Nochmal, ich bin mittlerweile absolut der Gegner. Wenn du überlegst, dass wir in der Spitze noch vor einigen Jahren 40 Leute remote beschäftigt haben, dann ist das schon sehr interessant. Jetzt hat sich das dramatisch eingedämmt und mein Ziel ist bis zum Jahresende nicht eine einzige Kraft mehr zu haben, die für uns remote arbeitet. Warum? Erstens, weil ich das Modell, das wir fahren, volle Bezahlung und entsprechend voller Urlaubsanspruch bei einer ausschließlich 30-Stunden-Woche, das kriege ich remote einfach nicht so gut hin. Und ich finde es auch einfach schwierig, wenn du dich abends dann doch nochmal in den Laptop setzen kannst oder musst oder dann nochmal ein Meeting hast und all diese Themen. Ich will das einfach nicht mehr. 9 bis 15 Uhr, Feierabend. In dieser Zeit muss es einfach passieren. Es gibt mal Verschnittzeiten, aber dafür geht es dann auch am Freitag entsprechend früher los. Klar, alles fein. Deswegen da einfach für dich eine klare Abgrenzung zu haben, was sind deine Arbeitsthemen und wo sind die auch lokal angesiedelt und dann entsprechend rauszugehen, Stift fallen zu lassen und dann ist auch Feierabend. Bei mir zum Beispiel früher dachte ich immer, hey, ich brauche zu Hause irgendwie auch noch Endgeräte. Gibt es nicht. Laptop wird nicht mitgenommen. Es muss schon sehr viel passieren und wir müssen irgendeine harte Deadline haben, dass ich den Laptop mal mit nach Hause nehme und dann vielleicht abends mal was mache. Ausnahme, niemals die Regel. Auch ein ganz wichtiger Part ist das ganze Thema, deine Technologie auch einfach zu regeln. Ja, war bei mir ja genauso. Dadurch, dass der Laptop immer in der Nähe war, war es natürlich auch leicht, dich nochmal hinzusetzen und das eine oder das andere zu machen und schnell zum Feierabend irgendwie dann doch nochmal kurz was zu basteln. Wenn du dich aber lokal davon trennst, dann kannst du vielleicht am Handy ein bisschen was machen, aber eigentlich auch nicht so geil. Perfekt, genau darum geht es doch, dass du wirklich Feierabend hast und dass deine Technologie dich auch gar nicht überlisten kann. Soll heißen, welche Apps brauchst du wirklich auf deinem Handy oder welche brauchst du nur entsprechend auf deinem Laptop. All diese Dinge mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, hey, wenn ich das Büro verlasse, möchte ich auch entsprechende Abgrenzung haben zu meiner Arbeit. Wenn mein Handy die zu große Brücke dahin ist, dann lohnt es sich vielleicht, dort auch einige Apps runterzuschmeißen, E-Mails zu deaktivieren, zumindest die Notifications. Du entscheidest, wann du dir Sachen anschaust und nicht irgendeine Leuchte, ein Blinken, ein Tuten oder was auch immer. Alle Notifications auszumachen ist für mich persönlich auch eine der größten Geschenke gewesen, weil es war so leicht und mir fehlt gar nichts. Ich selbst entscheide. Und ich habe nirgendwo ein rotes Lämpchen leuchten oder irgendwie eine Benachrichtigung, gibt es auf meinem Telefon nicht. Das kannst du auf jedem Endgerät komplett ausstellen. Da reicht meistens ein, zwei Tasten klicks, damit das fertig ist und du gewinnst dadurch dramatisch viel Freiheit. Sei nicht Untergebener deiner Technologie, sondern andersrum. Regel das. Was auch sehr, sehr schön ist, sind einfach gemeinsame Familienrituale. Ich hatte es ja schon gesagt, ob es jetzt der Mittwoch für uns zum Beispiel ist oder entsprechend der Sonntag. Was sind so die Rituale, die ihr auch regelmäßig macht? Bei uns zum Beispiel, ich beschäftige mich seit knapp einem Jahr mit dem ganzen Thema Bushcrafting. Das heißt, im Wald Sachen zu bauen und so. Ich finde das voll geil. Mir gibt das einfach voll viel Ruhe. Und jetzt habe ich natürlich meine Familie damit auch angesteckt. Wie bei fast allen Themen. Es gehen noch nicht alle Eisbaden, nicht alle ab Nöhe tauchen, aber sie gehen schon surfen. Also Schritt für Schritt hole ich sie alle ab in meine Welt. Und das finde ich zum Beispiel auch toll. Einfach sagen, hey, mein persönliches Ziel ist, am Wochenende wenigstens einmal in den Wald zu kommen. So, dass man dann eine längere Zeit auch hat. Und ob dann immer alle mitkommen müssen oder ob das vielleicht mal mein großer Sohn ist, mit dem ich dann da irgendwie Übernachtung mache. Oder ob es der Kleine ist, dem ich da so ein paar Sachen zeige. Vollkommen egal. Aber es ist einfach wahnsinnig schön, das zu nutzen, als Ritual zu haben. Genauso ist zum Beispiel für eine Frau sehr, sehr wichtig, dass wir zusammen Yoga machen. Sie ist ausgebildete Yoga-Lehrerin, sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinderbereich. Mega cool. So, und dann gehen wir halt auch hin zum Familien-Yoga und machen das gemeinsam. Und das ist für mich natürlich auch voll witzig, weil ich wieder neue Moves lerne, mit den Kindern macht Spaß. Einfach ein gemeinsames Ritual. Und diese gemeinsamen Rituale auch mal in den gemeinsamen Hobbys auszuleben. Wenn du jetzt irgendwie begnadeter Fallschirmspringer bist und du hast zwei kleine Kinder, ja, dann ist das vielleicht schwieriger. Aber die Faszination, wenn Papa oder Mama auf dem Flugplatz ist, ist ja vielleicht doch groß. Also einfach dort nicht sagen, schwarz oder weiß, was kann man gemeinsam machen? Wo kann man ein Ritual draus machen? Und auch zum Beispiel bei mir das Thema Angeln ist ja noch relativ frisch, ja, auch eher zum Ernährungszweck, ehrlicherweise. Aber da die Kids einfach mal mitzunehmen und Papa kann ich helfen, so, das macht einfach voll Spaß. Und diese Rituale, sich aber auch zu schaffen, sagen, hey, das ist jetzt unser Ding, das finde ich persönlich sehr, sehr wertvoll. Und bei meinem großen Sohn zum Beispiel, ja, ich habe dem jetzt Klimmzüge beigebracht, ich habe dem Liegestütze beigebracht. Und das ist jetzt unser Ding, ja, dass wir das halt steigern, weiterentwickeln und ich bin einfach super stolz drauf, wie kräftig dieser Siebenjährige schon ist. Alles Dinge, die Rituale zur Grundlage haben. Und ein letzter Punkt, und da möchte ich dir wirklich ganz, ganz doll ins Gewissen reden und dich auch nochmal so ein bisschen anpacken und vielleicht auch bei deiner Ehre triggern. Wie gut ist eigentlich deine Erreichbarkeit? Weil deine Arbeitskommunikation außerhalb deiner Arbeitszeit ist meistens genau der Punkt, warum viele Ehen scheitern, weil permanent immer noch diese Kommunikation irgendwie doch von dir abhängt. Kleiner Tipp, Abkürzung kommt zu uns, wir lösen das. Aber auf der anderen Seite sich auch mal wirklich zu fragen, naja, wie erreichbar muss ich denn wirklich sein? Deswegen haben wir zum Beispiel auch Mindset-Part bei uns, ja, häufig sind es ja nur, naja, ohne mich kommen die nicht klar. Ist das wirklich so? Lass uns Prozesse und Strukturen bauen. All diese Dinge können auch ohne dich funktionieren. Mach dich nicht abhängig davon. Und reduziere einfach immer, immer weiter deine Erreichbarkeit, damit die Leute dich auch in Ruhe lassen. Und gerade bei größeren Teams, gerade auch in Situationen, wo es ja vielleicht im handwerklichen Umfeld nochmal eher zu Notsituationen kommt, als vielleicht in der Dienstleistung oder in der Beratung oder solchen Sachen. Es ist doch egal. Ja, morgen gibt es auch noch einen Tag und es gibt auch überall Notfallsysteme. Selbst bei Ärzten gibt es Notfallsysteme. Die Frage ist, wie wichtig ist dir deine Family? Und dort wirklich auch einen Abstrich zu machen und sagen, hey, ganz ehrlich, mir muss es gut gehen, dann meinem engsten Kreis und dann allen anderen. Und diese Abstufung für sich auch einfach festzulegen und da niemanden zwischenzulassen, bin ich persönlich super, super wichtig. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich mich noch einmal verdeutlichen. Gemeinsame Rituale, das ist meiner Sicht das A und O. Das habe ich insbesondere von meiner Frau gelernt, die aus der Pädagogik kommt und da mir immer wieder gezeigt hat, hey, Kids brauchen immer gleichbleibende Abläufe, dann sind sie viel ruhiger und entspannter. Wir haben zwei sehr quirlige Jungs und durch Rituale schaffen wir es einfach auch, ihnen gerecht zu werden. Die haben klare Strukturen, wir haben klare Strukturen, sehr, sehr einfach. Bei unseren Unternehmern, wir haben klare Strukturen, das macht es ihnen einfacher. Mit Mitarbeitern, vollkommen egal. Was ich persönlich nur wichtig finde, ist, dass du dich auf feste Termine auch entsprechend committest, dass du da wirklich hinterher bist und dass deine Aufgabe ist, gemeinsam schöne Momente zu schaffen. Und das sollte mir der Anspruch sein. Wie viele gemeinsame schöne Momente habt ihr geschaffen? Wenn deine Zahl hoch ist, dann machst du das schon richtig gut. Stell doch einfach mal die Frage, was willst du machen? Was wollt ihr machen? Ja, wie willst du mit deiner Familie entsprechend umgehen? Was sind die Themen, die euch gerade treiben? Und ja, was kannst du dort vielleicht auch noch verbessern? Und nochmal, sieh es nicht als Riesending. All diese Sachen entwickeln sich. Ja, sicherlich bin ich jetzt heute auf einem deutlich besseren Level als noch vor, keine Ahnung, 8, 9, 10 Monaten. All diese Sachen entwickeln sich. Und so ist einfach für dich wichtig, setz dir ein paar Grenzen, damit du einen Rahmen hast, den ich bewegen kannst. Dann befüllst du diesen Rahmen und dann schaust du, wie leicht es dir fällt, diesen Rahmen auch entsprechend einzuhalten. Und je besser das klappt, desto größer das Wohlbefinden bei allen Beteiligten. Deswegen, meine Empfehlung an dich ist, schnapp dir einfach deine Liebsten und mach eine Wunschliste. Was sind die Dinge, auf die ihr richtig Bock habt? Kleinigkeiten. Erstmal starte bei dir, worauf hast du wirklich Bock? Welche Abenteuer willst du denn erleben? Und dann guckst du, was wollen die anderen erleben? Und dann schaut ihr, hey, was sind die Gemeinsamkeiten? Und sowas mal gemeinsam abzuarbeiten, ist voll cool. Weil wenn die Kids mitentscheiden dürfen, kriegen sie zum einen sehr viel Selbstvertrauen und auch werden ermutigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Und auf der anderen Seite sind es meistens auch die besten Ideen. Deswegen fassen wir noch einmal ganz kurz die drei wichtigen Punkte zusammen. Als erstes, schaffe Zeitfenster. Als zweitens, keine Kompromisse. Und drittens, etabliere Rituale. Wenn du jetzt sagst, alles klar, ich möchte mehr Familienrituale haben, ich will vor allem mehr Familienzeit haben als Unternehmer. reikane.de slash Austausch. Ich kann es dir versprechen, wir haben schon sehr, sehr viel Familienzeit produziert für unsere Kunden. Die schonste Folge findest du unter reikane.de slash 1032. Alle Links und Inhalte habe ich da zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Das Training ist jetzt bei der Umsetzung. Vielen Dank.